Schon seit einiger Zeit gibt es immer wieder Gerüchte um eine mögliche Liebesbeziehung von Beatrice Edli und Florian Silbereisen. Diese werden regelmäßig von den beiden selbst befeuert. Wie auch mit ihrer wilden Flirterrei beim Schlagerboom. Die Schlagerstars performten in der Show ihr Duett das wissen nur wir. Die Spekulationen über uns haben diesen Song geschrieben, verrät Beatrice Edli dazu im RTL Frühstücksfernsehen. Und plaudert zudem aus, dass es ihr und Florian sogar Spaß mache. Mit diesen Spekulationen zu spielen. Spaß gehört zur Musik und zum Entertainen dazu. Das ist etwas, das uns total verbindet, so die Sängerin. Dabei kennen sich die Stars nicht erst seit gestern. Schon vor 10 Jahren war ich in seiner Sendung. Wir haben gemeinsam gesungen, aber hatten nie einen eigenen Song. Vor einiger Zeit waren die Schlagersänger dann endlich zusammen im Studio und nahmen ihr Duett auf. Wie gut die beiden harmonieren zeigen sie immer wieder auf der Bühne, doch was ist denn nun dran an den Liebesgerüchten? Beatrice Edli denkt gar nicht daran, dies aufzuklären und zitiert im Interview ihren Song mit Flori, das wissen nur wir. Es darf also weiterhin spekuliert werden. Billости Edli hier im Publikum. Bis zum nächsten Mal.